Ich glaube, jetzt bin ich wieder da. Ah, jetzt war das Zeichen gerade weg. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Kann mich nur entschuldigen. Ah, jetzt war das Zeichen gerade weg. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Kann mich nur entschuldigen. Ah, jetzt war das Zeichen gerade weg. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Kann mich nur entschuldigen. Yo, Livestream ist wieder da. Ah, jetzt war das Zeichen gerade weg. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn jetzt ein bisschen was fehlt. Das ist das technische Problem gerade. Das ist aber nicht mit Absicht. Ich habe das noch nicht so lange, der Shadowplay. Beziehungsweise, ich streame noch nie. Ich habe noch nicht mal gestreamt. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, ich sage mal, technische Probleme können immer auftauchen. Sollten zwar nicht auftauchen, weil das, sage ich jetzt mal, Leute abschreckt. Aber ich kann mich nur entschuldigen. Und wir sind noch gleich am Ziel. Ich fahre jetzt mal kurz mit Vollgas durch, damit ich die Folge in hochladen kann. Ja, mir tut es leid. Du hast gesehen jetzt, wie ich fahren tue. Ich fahre Tastatur. Du bist Ü18, suchst eine Spedition. Melde dich einfach bei mir, bei Steam, beziehungsweise bei Skype. Schreib einfach eine Privatnachricht, wie alt du bist. Sollte es natürlich Ü18 sein. Also 18 geht noch, 19, so ist es dann auch in Ordnung. Ich bin selber erst 20. Und ja. Ich sage mal, wir sind schon ein bisschen ältere Generationen, wie sie sich verhalten, beziehungsweise wir wissen, wie wir fahren, alles. Nicht so wie die Kinder meistens. Also es ist keine Diskriminierung gegen die Kinder. Es gibt welche, die fahnen so, es gibt auch welche, die fahnen so. Ja, wie gesagt, hast du Interesse? Sag einfach Bescheid, beziehungsweise schreib mir einfach. Und dann... Dann würde ich dich auch willkommen mein Team heißen, denn... Na, jetzt ist dunkel. Look, da muss ich... Genau. Der hängt schon wieder über den Reden. Sieht aus, ob er wieder kotzen muss. Ah, wie gesagt, das sind jetzt ein paar Minuten raus, weil ich habe ausverwehen den Desktop gemacht und den hat er mich mal aufgenommen. Aber es ist nichts weiter passiert dazwischen. Dann muss ich mal weiß, was ich denn... Dann muss ich mal weiß, was ich denn... So, eingepackt. So, und hiermit tue ich jetzt das Livestream B enden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und ein Abo. Das war's. Bis später, beziehungsweise bis nächstes Mal. Euer Rocky von der DFL. Vergellt. Alter, das war jetzt.